Jetzt schon wieder genau so, wie es aufgehört hat. Ich finde es egal. Nee, das ist nicht egal. Wir sind noch mit einem. Damit ich dann die in der Beine-Pasit-Fobrikung... Stefan? 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 Alles in Ordnung? Stefan? Hallo, kann mir jemand helfen? Stell dir vor, du bist in einem Restaurant mit einem guten Freund. Plötzlich verschluckt er sich und bekommt keine Luft mehr. Wie reagierst du? Hier sind vier Schritte, um ihm das Leben zu retten. Erstens. Hol Hilfe und verständige den Notruf. Zweitens. Verabreiche ihm fünf kräftige Schläge zwischen die Schulterblätter. Am besten bei vorgebeugtem Oberkörper mit der flachen Hand. Drittens. Wenn diese Methode nicht zum Erfolg führt, wendest du das Heimlich-Manöver an. Dazu stellst du dich hinter den Patienten und umschließt mit deinen Händen seinen Oberkörper. Mit einer Hand bildest du eine Faust und platzierst sie unterhalb des Rippenbogens auf den Oberbauch. Mit der anderen Hand umfasst du dein Handgelenk und führst nun fünf kräftige Druckimpulse nach innen und oben durch. Bedenke bitte, dass dieses Manöver nicht bei Kleinkindern angewendet werden darf. Viertens. Ist die Methode erfolgreich und dein Freund atmet wieder normal, sollte eine ärztliche Untersuchung im Krankenhaus erfolgen. Denn durch das Heimlich-Manöver kann es zu Verletzungen der inneren Organe kommen. Im Prinzip kannst du nicht falsch handeln. Außer, du handelst gar nicht. Danke.